also fangen wir an drück mal mit ihm So sieht die Kiste dann aus. Schön. Jetzt haben wir noch den Griff hier. Die Mauer gleich noch. Gut, gut. Das reicht gleich für die andere Seite auch. Gut, super. Gut, super. Das ist gut. Okay. Was meinst du, der Tolles? Und der Friedrich? Oh, die sieht jetzt auch schön bunt aus hier. Was meinst du da schönes auf deine Kiste? Hm. Hamus. Schön. Und die Fati? 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 Das war's. Ich weiß nicht, da. Ich weiß nicht, da. Ich weiß nicht, da. Ich weiß nicht. Ganz richtig, da.